Seit Jahrtausenden steht es als Sinnbild für das Wertvolle, ja Göttliche. Seit Jahrtausenden ist es gesucht und seit Jahrtausenden wird es hoch in Ehren gehalten. Unzählige Geschichten und Mythen ranken sich um dieses Element, das Gold. Schauen wir uns heute an, wie das so ist mit dem Gold in mittelalterlichen Handschriften und deren originalgetreuen Faximile-Ausgaben. Gold hat seit Anbeginn fasziniert und das zeigt sich durchgehend in den kulturellen Spuren, die die Menschheit bis heute hinterlassen hat. Bereits die Bibel thematisiert das goldene Kalb als Symbol falschen Glaubens. Hingegen wird Moses beauftragt, den Deckel der Bundeslade mit Gold zu bedecken, zur höheren Ehre Gottes. Ein durchaus ambivalentes Bild. Die Legende von Eldorado, dem sagenhaften Goldland in Südamerika, hat vor Jahrhunderten nicht nur sagenhafte Entdeckungsreisen ausgelöst, sondern auch einige der schlimmsten Untaten hervorgerufen, die die Menschheit bis heute begangen hat. Das Gold hat in weiten Teilen der menschlichen Kultur seine Spuren hinterlassen. So kommt es etwa im Rumpelstilzchen recht prominent vor und hier wird die Gier der Menschen nach ihm thematisiert. Auch in der Sprache der alten Azteken kommt das Gold sehr spannend vor, dem Imnaruatl, denn Deokuitlatl heißt wörtlich göttliche Exkremente und somit wird das Gold in dieser Sprache bezeichnet. Letztlich ist auch die Suche nach dem Stein der Weisen ein deutlicher Hinweis auf die Begehrlichkeiten, die das Gold durch die Jahrhunderte geweckt hat. Viele Fürsten litten an Goldmangel, deshalb unterstützten sie Alchemisten oder sie jagten sie sogar. Johann Friedrich Böttger wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts vom Kurfürsten Friedrich August von Sachsen, dem genannt August der Starke, gefangen genommen und gezwungen, eine Methode zur Erzeugung von Gold zu finden. 1708 erfand er dabei durch Zufall das Porzellan, das später Weißes Gold genannt wurde. Abgesehen von seiner historischen Bedeutung hat Gold aber auch einige sehr, sehr spannende physikalische Eigenschaften. Aus einem Gramm Gold kann ein 24 Kilometer langer Faden gezogen werden, der nur noch eine Stärke von einem Atom hat. Mit einem Gramm Blattgold kann ein Quadratmeter Fläche überzogen werden. Gold ist das dehnbarste Metall, das der Mensch kennt. Es lässt sich aufgrund seiner hohen Duktilität und Dehnbarkeit zu hauchdünnen Blattgold schlagen und zu besonders dünnen Folien von etwa 2000 Atomlagen und 100 Nanometern Stärke auswalzen. Bis heute wurden seit Anbeginn geschätzt ca. 200.000 Tonnen Gold geschürft. Heute beträgt die jährliche weltweite Fördermenge ca. 3.300 Tonnen. Gold ist ein sehr dichtes und damit bezogen auf die Größe ein sehr schweres Material. Ein Kubikmeter Wasser wiegt 1000 Kilogramm, ein Kubikmeter Eisen etwa 7.900 Kilogramm und ein Kubikmeter Gold etwa 19.300 Kilogramm. Jegliches heute bekanntes Gold zusammengeschmolzen ergebe einen Würfel von 20 Meter Seitenlänge mit 8.000 Kubikmetern. Das größte bekannte Goldnugget wurde im September 2018 von Henry Dow in der Beta Hunt Mine in Australien gefunden mit rund 2.400 Unzen, 74 Kilogramm Goldanteil. Wie alle Elemente schwerer als Eisen, entsteht Gold nicht bei der Kernfusion in Sternen, sondern ausschließlich bei Supernovae oder der Kollision zweier Neutronensterne. Gold wurde in früheren Zeiten wegen seiner auffallend glänzenden gelben Farbe metallisch gediegen in der Natur gefunden. Es lässt sich sehr gut mechanisch bearbeiten und korrodiert nicht. Die leichte Legierbarkeit mit vielen Metallen, die moderate Schmelztemperatur und die günstigen Eigenschaften der Legierungen machen Gold als Werkstoff sehr attraktiv. Während der Beständigkeit seines Glanzes, seiner Seltenheit, seiner scheinbaren Unvergänglichkeit und vor allem seiner auffallenden Schwere wurde es in vielen Kulturen vor allem für herausgehobene rituelle Gegenstände und Schmuck verwendet. Die ältesten, bislang bekannten Goldartefakte der Menschheit sind insgesamt etwa 3.000 goldene Objekte aus dem Gräberfeld von Varna in Bulgarien, die als Grabbeigaben verwendet wurden und zwischen 4.600 und 4.300 vor Christus datiert werden. Der früheste Nachweis in Mitteleuropa liegt mit den beiden Goldscheiben im Depotfund von Stollhof in Niederösterreich vor und stammt aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Bei der Betrachtung von Handschriften fällt vor allem die reiche Verwendung von Gold in Miniaturen, Initialen, der Schrift und den Prachteinwänden auf. Handschriften sind mehrheitlich religiösen Inhalts und wie erwähnt wird das Gold auch in der Bibel thematisiert. Schon die Schöpfungsgeschichte berichtet, dass das Edelmetall schon vom Beginn der Welt an existiert habe und sich in unmittelbarer Nähe zum Garten Eden befindet. Es demonstriert die göttliche Repräsentanz auf Erden. Auffällig ist die Dominanz des Goldes bei der Ausschmückung des Bundeszeltes, insbesondere ist es bei der Bundeslade, wie das im Buch Exodus beschrieben wird. Bei Salomon findet sich der Höhepunkt der Erwähnung von Gold im Alten Testament mit der Erbauung des ersten Tempels in Jerusalem, der prächtig ausgestattet geschildert wird. Hier zu sehen in einer Miniatur aus dem Pariser Flavius Josephus, Beschreibungen wie, so überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold, auch den Altar vor der Gotteswohnung überzog er ganz mit Gold aus dem ersten Buch Könige, demonstrieren den Reichtum Salomons genauso wie seine Ehrfurcht vor dem Herrn. Im Alten Testament finden sich neben diesen Beschreibungen von Gold als Zeichen für die Herrlichkeit Gottes und weltliche Machtansprüche auch die Verwendung von Gold als Symbol. So etwa wird beim Tanz um das goldene Kalb nicht das Gold an sich, sondern die Gier nach ihm und die Lust, es in Form von Götzen zu verehren, verurteilt. Im Neuen Testament wird das Edelmetall nicht mehr zur Darstellung von Reichtum verwendet, sondern metaphorisch als Idealsymbol. Neben den Metaphern, die die negative Wirkung des Goldes auf den Menschen verbildigen sollen, taucht es in seiner himmlischen Bedeutung auf. Zum Beispiel im Hildesheimer Kalendarium als Gabe des ersten Weisen bei der Geburt Christi. Das Gold verweist hier auf das Königtum Christi über die Welt. Besonders klar wird die Ambivalenz der Sichtweisen des Goldes in der Offenbarung des Johannes. Dort wird das neue Jerusalem der endzeitlichen Gottesherrschaft als Stadt aus reinem Gold beschrieben. Jedoch wird einige Kapitel zuvor, hier in der Apokalypse des Duc de Berie, das Edelmetall bei der Beschreibung der Hure Babylon in Offenbarung 17, 4 in einen negativen Kontext gesetzt. Die Frau war in purpuren Scharlach, gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Aus all den genannten Gründen wurde Gold im gesamten Mittelalter in der Buchmalerei intensiv verwendet. Schauen wir uns doch gemeinsam an, welche Arten der Goldaufbringung es gab und wie genau das passiert ist. Schauen wir uns gleichzeitig Ausschnitte aus verschiedenen Handschriften an, die diese unterschiedlichen Goldarten zeigen. Generell benötigt Gold einen Träger, um auf dem Pergament oder Papier haften zu bleiben. Das ist das sogenannte Poliment. Es wurde in den meisten Fällen rötlich bis braun-rot eingefärbt. Die darüber angebrachten Goldpartien erhalten dadurch einen warmen Farbschimmer. Aber je nach gewünschtem Endeindruck konnten auch andere Farbtöne verwendet werden. Am häufigsten wurde der rote, sogenannte armenische Bolus genutzt. Er besteht aus tonhaltiger Erde und kommt natürlich vor. Ursprünglich stammte er aus Armenien, daher auch der Name. Er wurde aber vielerorts in Deutschland, Italien und Frankreich abgebaut. Die Stärke der Grundierung sollte immer der Stärke des Goldes entsprechen. Das heißt, ein dünner Bolus für Feingold, ein stärkerer Bolus für Blattgold und noch stärkerer Bolus für Silber. Für eine höhere Elastizität des Untergrundes sorgen so spannende Zusätze wie Zucker, Honig, Knoblauch, Seife oder Ohrenschmalz. Der fertig angerührte Brei wird zunächst durch ein sauberes Leintuch gepresst, das erzeugte eine homogene Masse ohne feste Teile. Seine Konsistenz ist idealerweise wie Honig, damit ist er gezielt auch auf kleine Flächen auftragbar. Der Auftrag selbst erfolgt meist einfach und möglichst gleichmäßig, auf Pergament etwas dicker als auf Papier. Wichtig ist eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit. In entsprechenden Quellen sind Empfehlungen zu lesen, die Vergoldung nicht in der Sonne oder in der geheizten Stube vorzunehmen, sondern idealerweise im feuchten Keller. Gut für das Gold, schlecht für den Vergolder. Die Auftragung des Goldes, das sogenannte Anschießen, beginnt mit dem Zuschneiden eines Stückes Blattmetall. Danach wird es mit einem Stück Stoff, einer Holzpinzette, einem Spatel oder einer Zange angelegt. Anschließend wird das überschüssige Gold mit Wolle oder einer Hasenpfote entfernt. Sollte das Gold löchrig sein, wird nach demselben Verfahren ein weiteres Blatt darübergelegt. Zum Polieren werden Zähne verwendet, vor allem von Wölfen oder Pferden, aber bessere Poliermittel sind sicher Edelsteine gewesen, etwa Hämatite, Smaragde, Topase oder Rubine. In manchen Fällen wurde das Blattgold auch noch punziert, also mit Mustern strukturiert. Feine Linien und Riffelungen werden dabei in dem noch nicht ganz erhärteten, polierten Goldgrund eingedrückt. Diese dreidimensionale Erweiterung des Goldgrundes sollte gleichmäßige Lichtreflexionen an der Metalloberfläche brechen und die Plastizität erhöhen. Goldpulver oder Muschelgold wurde im Mittelalter vor allem zum Schreiben verwendet, aber auch zur Gestaltung von kleinen Formen, feinen Formen und zarten Details. Das Goldpulver wurde dazu mit Hühnereiweiß oder Pflanzengummi-Lösung vermischt. Diese Goldart wurde nach dem Auftragen nur bei der Verwendung als Schreibmittel poliert. Die feinen Zeichnungen lesen das nicht zu. Zur Herstellung wurde Blattgold in einem Mörser mit Honig als Zusatz zerrieben. Der Honig wurde danach wieder ausgewaschen. Bei einem anderen Verfahren stellte man aus Gold und Quecksilber Goldamalgam her, das beim Erhitzen Goldpulver als Rückstand hinterlässt. Dies alles ist notwendig, da Gold selbst zu weich ist, um sich direkt pulverisieren zu lassen. Muschelgold wird es übrigens deshalb genannt, weil mit Gummi-Arabikum als Bindemittel angeriebenes Goldpulver auf die Innenseite von Muschelschalen gestrichen in den Handel kam. Basis jeder Faximile-Ausgabe sind hochauflösende digitale Daten, jeder Seite meist fotografisch erschellt. Gold und andere metallische Applikationen in Handschriften werden von der Fotokamera allerdings nicht richtig aufgenommen. Entweder glänzt das Metall und Bildinformationen gehen durch Überbelichtung durch die Reflexionen verloren oder die Goldstellen sehen in den Aufnahmen zum Teil gänzlich anders aus. Man kann Farbtöne vom hellsten Gelb bis hin zu fast völligem Schwarz finden. Daher ist die Erstellung von Goldauszügen eine der komplexesten und aufwendigsten Prozesse im Rahmen der Herstellung einer Faximile-Ausgabe. Diese Tätigkeiten erfordern höchste Genauigkeit und langjährige Erfahrung, muss durch jede Seite der Handschrift am Computer von Hand bearbeitet werden. Jede Stelle, die im Original Gold aufweist, muss in Photoshop per Hand markiert und richtig definiert werden. Je nach Komplexität der individuellen Seite kann das einige Stunden dauern. Selbstverständlich werden auch die Goldpartien in den Andruckvergleichen mitverglichen, um die Charakteristik des Originals perfekt zu treffen, nicht nur im Bereich der Farbtreue, sondern auch in den Goldpartien. Es gibt unzählige mittelalterliche Handschriften, die zum Teil überreich mit Gold ausgestattet sind. Und alle zeichnet eines aus. Keine Goldapplikation gleicht der anderen. Das Gold ist so individuell, wie es Kunstwerke überhaupt sind. Die Art des Goldes, die Technik des Applizierens, die Nachbearbeitung und vor allem die Aufbewahrung über die Jahrhunderte hinweg hat dazu geführt, dass Gold auch innerhalb der Handschrift changiert und seinen individuellen Charme hat. Das muss natürlich bei der facsimile Ausgabe berücksichtigt und entsprechend wiedergegeben werden. Um das möglichst perfekt zu erreichen, stehen uns unterschiedliche Aufbringungstechnologien und Goldarten zur Verfügung. Analog der zuvor beschriebenen Goldarten, in den Originalen verwenden wir entsprechend unterschiedliche Goldapplikationen. Manche Stellen in Pinselgold, dünne Goldschichten mit wenig Glanz und auch manche in Gold geschriebenen Texte, die kaum Glanz aufweisen, werden mit Offsetgold wiedergegeben. Offsetgold ist eine Sonderfarbe, die neben den vier Grundfarben im Druckprozess aufgetragen werden kann. Offsetgold gibt es in unterschiedlichen Farbtönen. Der Glanz wird durch Goldpigmente in der Farbe erreicht. Offsetgold weist im Vergleich den wenigsten Glanz aller Goldarten auf und wird entsprechend verwendet. Jede Standard-Offset-Druckmaschine kann Offsetgold drucken. Die Kaltfolient-Technologie ist schon wesentlich spezieller. Hier werden tatsächlich Folien auf das Papier aufgetragen. Auch diese Folien gibt es in verschiedenen Farbtönungen, die man je nach Charakteristik des Originals auswählt. Besonders vielseitig ist die Silberfolie zu verwenden, kann sie doch durch einen danach zu erfolgenden Überdruck in den vier Grundfarben in so gut wie jede Farbnuance gebracht werden. Die Aufbringung ist ebenfalls komplexer. Unter die Folie wird zunächst ein Kleber aufgebracht. Die Folie hält dann nur dort auf dem Papier, wo zuvor der Kleber aufgetragen wurde. Das bedeutet natürlich auch, dass man sehr große Verluste bei den Folien hat, da meist nur ein sehr kleiner Flächenanteil der Handschriftenseite in Gold ist und entsprechend viel von der Folie übrig bleibt, die dann dem Recycling zugeführt werden muss. Auf die Kaltfolie kann in weiterer Folge je nach Charakteristik des Originals eine oder zwei Patina-Farben aufgedruckt werden. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte erhabene Gold. Dabei wird ein Kleber und Bindemittel im Siebdruckverfahren aufgetragen, das es erlaubt, richtige Erhöhungen zu erzeugen. Auf diese Erhöhungen wird dann die warme Goldfolie aufgebracht und klebt, kühl geworden, fest. Diese Technologie ist ideal für Flächen und größere Bereiche geeignet, weil sich das Gold richtig dreidimensional ausgestalten lässt. Allerdings ist die Auflösung begrenzt, das heißt feine Linien und Zeichendetails lassen sich nicht ganz genau ausführen. Diese Technologie wird vor allem für die Aufbringung von Echtgold verwendet, da hier die Verluste bei der Aufbringung bei weitem am geringsten sind. Eine weitere uns zur Verfügung stehende Technologie ist die Heißfolienprägung. Auch dabei wird durch die Aufbringung von Klebern im Siebdruck ein habernes Gold erzeugt. Technologisch handelt es sich dabei allerdings nicht um einen Druck, sondern um eine Prägung, die mit Hitze durchgeführt wird. Der Nachteil bei der Heißfolienprägung ist der problematische Auftrag von Patina. Ein direkter Aufdruck ist nicht möglich. Es müssen hier Spezialverfahren angewendet werden, um eventuell reduzierten Glanz des Originals entsprechend wiedergeben zu können. Ihr seht, es gibt viel Spannendes, über Gold in der mittelalterlichen Buchmalerei zu berichten und auch viel Spannendes über die Reproduktion in originalgetreuen Faximile-Ausgaben zu erzählen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Seht euch auf unserer Seite www.medialworldartstories.com um oder auch auf unserem YouTube-Channel und genießt die vielen, vielen anderen Videos, die es dort bereits gibt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.